ja hallo Leute und herzlich willkommen zu neuen Spielen und heute spiel den Go Simulator äh ja ich würde mal sagen das Spiel hat so viele Witches ähm wer ist die Laufen hier oh mit Sprinten hier mit Latte Sprinten hier ist easy ist mit E ich meine wir können mit Menschen ab oh oh nice oh was ist das? oh das sieht sehr gesund aus Tiger ähm ja gut oh korrekt oh korrekt ach da schmeiß wir uns hin ok hm oh was ist hier? die Klimit 35 alles klar alles klar hm ok oh was ist das denn? hab das gesehen? hab das gesehen? hab das gesehen? weggehen was soll das denn? hm uuuh ok wir müssen das machen die Straße überqueren oh das ist eine Grillparty oder irgendwie so oh oh uuuh uuuh lauf doch weg ich bin böse oh oh das sieht sehr gesund aus oh das steht null einfach stehen oh das ist ein Fahrrad die Fahrrad fahren oh können wir das mit dem Auto machen? das ist nicht wahr na klar uuh wooooo woooooow ich bin die stecke ziege der welt durch das war über die zunge und ziehe ich jetzt mal ein auto es geht aber direkt alles kaputt das ist nun wirklich ziemlich nice spiel eigentlich muss man ja sagen auch wie es ist auch so hier anstelle und hier rein Oh! Da kann ich die Versuchung hier machen. Oh! 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 Ziegel! Okay! Oh! 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 Tooter Mensch! Hab ich hier getötet? Okay! Ups! Oh, Ziegel! Das machst du da! Oh! Ja, ich hab grad mal eine schöne Tankstelle zerstört, ne? Oh! Alles klar! Wir haben mit ihm wohl hier so eine Dignitsberge gefunden, wie so eine Rutsche, also ich hab das jetzt gefunden Ähm, wo kann ich mal rutschen? Au Nice Ähh, wieder rein springen, lass ihn dran rollen! Oh Äh, ja So, um mich mal nen Namen für die Ziege, die hab ich definitiv Bock da drauf, das nochmal zu machen, nochmal zu spät Au! Oh, Ziege, das sieht nicht gesund aus, was ihr mit seinem Kopf machst In der Tat Au Naja, aber schreib mir mal nen Namen für diese Ziege in die Kommentare Und, oh, der Kopf Also, ich hab definitiv Bock auf den zweiten Teil, ja auch Dann zeigt es mir mit einer positiven Bewertung Siege Ah, Ziege Ähm, und ich traf das immer noch kaputt Aber ja, das ist ja gewesen vom Go Simulator, also ich hab definitiv Bock auf den zweiten Teil Dann zeigt es mir an der positive Bewertung Dann lasst ein Abo da, tschüss! 3 1 1 1